Oh man ey, habt ihr schon alle Epilepsie? Achtung, Achtung! Jetzt wird's wieder heiß und fettig! Heute bei Fresh Angezeugt spielen wir Pills for Skills und wir starten auch direkt. Eine Epilepsie-Warnung ist herausgegeben worden, von daher, alle die Epilepsie haben, bitte schon mal ausschalten. Ich hab keine Ahnung, was man machen muss und wie man das steuert. So springt man, okay. Okay, das lerne ich hier auch. Strange Effects. Ja, das hab ich auch schon festgestellt. Das weiß ich immer noch, wie das funktioniert. Avoid Spikes, hab ich mir gedacht. Collect to increase the score. Pick up the... to open the portal. Oh, geschafft! Alter! Level 2. Ah, da hab ich ne Pille übersehen, aber ich mach's eh nochmal zurück. Hallo, wie kommt man da ran? Gar nicht, scheinbar. Oho, jetzt bin ich da wieder reingelaufen. Gibt's doch nicht. Nein! Oh, das ist zwar knapp. Press X to change the gravity. Okay. Geschafft. Nice. Next. Hold shift to zoom out. Press C to rotate right. Okay. Ist das jetzt die richtige Richtung, die ich mache? Wow! Fail. Okay, das war nicht so schlecht eigentlich, aber... Ich hätte das anders lösen müssen. Nehme ich so. Und dann... So. Gut gelöst, Freunde. Press Z to rotate left. Okay. Wow! Nein! Was mach ich? Z. Hä? Warum da Z? Z hat nicht funktioniert. Das war doch die falsche Richtung. X. Dann C. Okay. Okay. Dann... Z... Okay. Dann C. Dann X. Dann nochmal X. Und dann nochmal X. Und dann direkt durchs Portal. Nice! Oh, Mann. Habt ihr schon alle Epilepsie? X. X. Was ist das? Alter. X, 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 X! Haha. Ja. Keine Chance. Wie soll man das machen? Ich hatte mega die... Kretze. X. 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 So. Okay. Okay. Bäm, geschafft. Alter. Wer hat so ein Spiel entwickelt? Äh, wo war Zoom-Ort? Da nicht. Hier vielleicht? Nein, hier, nein. Ich weiß es echt nicht mehr. Okay. Okay, okay, Freunde. Ah, das war nicht schnell genug. Bäm. Jetzt ist die Frage. Ja, war da auch wieder. Fuck. Ich hätte es ahnen müssen. Ich bin gar nicht da in der Nähe. Da war gar keiner. Warum gehe ich da rein, Freunde? Man könnte auch einfach sich hier... Okay. Nicht die Mühe machen und irgendwie so... Geschafft. Easy. Trip to hell. Okay. Okay. Was ist das? Okay, das hat schon mal nicht funktioniert. Das ist easy noch. Plopp und durch. Okay. Ich kriege selber gleich Epilepsie hier, Freunde. Ich mache immer nur in eine Richtung, kann das sein. Okay, X. Okay, man ist direkt durch. Man hätte noch den anderen mitnehmen können, aber egal. Okay. X. Wie weit fliegt man? Okay. Schon ein Stückchen. Da habe ich so Locki gedrückt. Oh Mann, wie soll ich denn da rankommen? Egal. Gehen wir einfach durch. Wir haben ja den Schlüssel. Ein Level mache ich noch, sonst kriege ich selber hier Epilepsie, Freunde. Wo? Wo? Okay. Jetzt in die andere Richtung. Wo war das? Hier. Bam. Geschafft. Ja, eins noch. Weil es so schnell ging. Und weil hier jetzt auch was Neues ist. Hier sind nämlich jetzt so Plattformen. Wo ich nicht draufkomme, weil ich ein Noob bin. Come on. Jetzt bin ich drauf. Oh, da habt ihr den Move gesehen, Freunde. Wie ich da drauf gekommen bin. Ich habe auch so ein C gedrückt. Was natürlich völlig fatal falsch war. Aber ist mir egal. Okay, hier durfte ich ganz runter. Okay, jetzt wird es tricky, Freunde. Das war eh die falsche Richtung. Ach, da fährt auch so ein Ding. Das hätte ich wissen müssen. Oh, Mann. Oh, das war fail. Man kann nämlich hier tricksen. Man kann mit Z hier hingehen und dann einfach X drücken. Ui. Okay, das kann man nicht. Also das kann man schon. Man muss nur ein paar Tricks beachten. Nämlich, dass man hier möglichst weit links geht und nicht wieder nach rechts. Ich zeige euch das nochmal. Irgendwann geht das. Bäm. Jetzt die Frage, welches ist die richtige Richtung. Das gibt es nicht. Also. Hier war die Taste. Dann X. Z. X. Jawohl. X. X. Und hier kommt gleich einer. Ja, da kommt er. Da muss man springen. Das gibt es nicht. Z. X. Z. X. Alles kein Problem, Freunde. Z. Aha, doch nicht Z. Y. Äh, X. X war falsch. Das gibt es nicht. Oh, warum laufe ich da rein? Z. X. Möglichst weit links. Zack. Z. Z. X. Come on. Zu schnell. Das gibt es nicht, Freunde. Ja, ich gebe es auf. Ich schaffe es hier nicht. 13. Versuch. Ähm. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr auch Epilepsie bekommen habt, ein Abo und über eure Kommentare freue ich mich auch immer. Ich verabschiede mich für heute. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Sage bis dahin. Haut rein. Und ciao. Ciao. La 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 la.